Kahlschlag bei ThyssenKrupp. 11.000 Jobs sollen dort abgebaut werden. Man muss sich diese Zahl mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir befinden uns hier im fünfstelligen Bereich und vielleicht wird ja auch bei VW bis zu 30.000 Mitarbeiter entlassen in der nächsten Zeit. Wir gucken uns die aktuelle Schlagzeile an, die wirklich nicht beängstigender sein könnte. Moinsam, ich bin Olli, los geht's. Und wir sehen das hier, bei T-Online wird berichtet, ThyssenKrupp plant Kahlschlag in der Stahlsparte. Die nächste Hiobsbotschaft für die deutsche Wirtschaft. ThyssenKrupp will 11.000 Stellen abbauen. Nämlich von aktuell 27.000 Jobs will man nur noch auf 16.000 heruntergehen innerhalb von nur sechs Jahren. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino im negativen Sinne und sollte doch jedem klar sein, woher das kommt. Wenn man natürlich am grünen Stahl fix macht, sagt, ja, das ist jetzt die Lösung, das ist die Zukunft, das brauchen wir jetzt unbedingt, das soll passieren. Nein, Leute, das kann nicht funktionieren. Die BILD berichtet ebenfalls, ThyssenKrupp will tausende Stellen abbauen, heißt es hier. Und sie schreiben, dass 5.000 Stellen bis Ende 2030 abgebaut und 6.000 weitere Arbeitsplätze durch Ausgliederung auf externe Dienstleister oder Geschäftsverkäufe ausgelagert werden. Also wir sehen, der Laden ist im Totalabbau. Anders kann man es doch wirklich nicht mehr bezeichnen. Es ist wirklich ganz, ganz krass, was da passiert. In Zukunft sollen nicht mehr 11,5 Millionen Tonnen, sondern nur noch 8,7 bis 9 Millionen Tonnen Stahl jährlich produziert werden, weil die Nachfrage gesunken ist. Und wenn wir uns das angucken, habe ich mal ein bisschen recherchiert. Das finden wir hier bei worldsteel.org. Und die haben hier steel demand finished steel, also die Nachfrage nach fertiggestelltem Stahl, haben die dokumentiert. Und wir sehen zum Beispiel, Afrika hat eine wachsende Nachfrage nach Stahl. 0,5% plus 4,5%, 4,8% sogar. Hier Europa, Union, also Europäische Union und UK hat tatsächlich im letzten Jahr ein Minus von 8,7% gehabt. Und dieses Jahr Minus 1,5%. Und dann muss man natürlich die logische Frage stellen, woran liegt das denn? Weil es teurer geworden ist? Weil es nicht mehr bezahlbar ist? Und wofür wird Stahl benötigt? Zum Beispiel, um Brücken zu bauen in Deutschland, um Häuser zu bauen. Also Stahlverstärkung und alles Mögliche gibt es ja, wie heißt das, Bewährung und sonst was für Fundamente und ähnliches. Wie kann es denn sein, dass diese Nachfrage sinkt? Liegt das vielleicht daran, weil man die versprochenen 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr nicht realisiert hat? Liegt das vielleicht daran, weil die Grunderwerbssteuer in Deutschland so hoch ist, dass sich niemand mehr ein Grundstück leisten kann, respektive den Hausbau dafür, dass man da gerne draufstellen möchte? Und ähnliche Situationen? Meines Erachtens hängt das natürlich klar miteinander zusammen. Warum werden viele Großprojekte von Mehrfamilienhäusern aktuell nicht mehr realisiert, wo auch viel Stahl benötigt wird für das Fundament, für den Ringanker und wie es alles heißt? Ja, natürlich, weil keiner mehr in Deutschland investieren möchte. Das ist ja ein Rattenschwanz, der an verschiedenen Entscheidungen diese Folgen mit sich bringt. Das sollte doch mittlerweile wirklich jedem klar sein. Wie spiegelt sich das im Aktienkurs wieder? Wir sehen den Aktienkurs bei ThyssenKrupp. Das ist Wahnsinn. 3,80 Euro für eine ThyssenKrupp, minus von 45 Prozent und wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger über ThyssenKrupp gesprochen und uns die Aktie auch angeguckt und sehen ja jetzt hier 3,80 Euro. Die ist aber tatsächlich im Wochenverlauf um über 12 Prozent gestiegen. Haben wir vielleicht jetzt den Boden erreicht? Weil klar, so pervers es ist, aber man muss es wissen, dass wenn Stellenabbau passiert, natürlich massive Geldeinsparungen passieren bei einer Firma. Und wenn man dann so die Geschicke des Unternehmens ein bisschen ordentlich lenkt, kann sich sowas sehr, sehr positiv ausmerken und man dadurch natürlich als Investor, was wir jetzt hier auf dem Kanal auch sind, natürlich Vorteile haben. Dass die betroffenen Mitarbeiter keine Freudensprünge machen, das wird natürlich auch jedem klar sein. Im Intraday, wo ich das Video aufnehme, ist die Aktie hoch und runter am Gehen, also keine sonderlich krasse Entwicklung. Ihr könnt ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr meint, ob jetzt der Boden bei ThyssenKrupp angekommen ist und man dort investieren sollte. Ich persönlich würde dort nämlich nicht investieren, das wäre mir noch zu heikel, genauso wie auch bei VW oder auch anderen deutschen Aktien. Aber wenn ich investiere, mache ich das, wie ihr wisst, über Freedom24. Aktien, ETFs kann man dort sehr gut handeln, zu sehr attraktiven Konditionen. Könnt ihr euch unterhalb des Videos mal angucken, Link packe ich euch da zu unterhalb rein. Und keine Anlageberatung, aber gerade jetzt in der aktuellen Situation, deutsche Aktien-ETFs zu kaufen, ganz schwierige Kiste. Wir gucken mal, meine Porsche 911 Aktie langsam schmerzt es bei minus 22,89% aktuell. Guckt es euch gerne an, ich packe euch den Freedom-Link unten mal rein. Also muss man sich ja die Frage stellen, argumentiert wird, ja, weniger Nachfrage, wir brauchen weniger Mitarbeiter. Woher kommt die weniger Nachfrage? Kommt die vielleicht wirklich durch Habecks grünen Stahl, wie es ja hier genannt wird? Warum er eine extrem teure Illusion ist, schreibt nämlich hier der Umweltökonom Manuel Frondel. Der Professor Doktor hat das hier wirklich als illusorisch dargestellt, dass das, was da produziert wird, keine Nachfrage erzielen kann. Das ist doch nur logisch. Wenn ich das gleiche Produkt in einem anderen Land außerhalb der EU deutlich günstiger kaufen kann, ja, wo kaufe ich es denn dann? Dann kaufe ich es doch nicht aus irgendwelchen unersichtlichen Gründen in Deutschland oder generell der EU. Das ist doch absoluter Quatsch. Wir sehen doch hier, die Hilfsbotschaften von ThyssenKrupp sind ja nicht gerade neu. Bei ThyssenKrupp könnte grünes Milliardenprojekt kippen. Umstellung auf grünen Stahl ist das Prestigeobjekt oder Projekt von ThyssenKrupp. Und der Bundesregelung, das könnte nun durch einen Teilverkauf beendet werden. Das sind ja immer noch zahlreiche Sachen, die nicht so ganz klar sind. Mal gucken, wie sich das da weiter verhalten wird. Und es gibt so eine Partei im Bundestag. Die hat schon das eine oder andere mal darauf hingewiesen, wie es denn um den Industriekonzern ThyssenKrupp bestellt ist. Zukunft des Industriekonzerns ThyssenKrupp erörtert. Das wurde in der aktuellen Stunde im Bundestag gemacht, am 17. Oktober, auf, oh, surprise, surprise, geheiß der AfD. Die hat nämlich hier, wurde auf Verlangen der AfD-Fraktion auf die Tagesordnung gesetzt und trägt den Titel Medienberichte über Projektprüfung bei ThyssenKrupp ernst nehmen. Sogenannte grüne Transformation beenden, hieß es hier. Und dann war der hier der AfD-Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse sehr aktiv. Der stellte fest hier, die Energiewende in Deutschland sei gescheitert. Und zwar vor allem wegen der, nehme man alles zusammen, extrem teuren erneuerbaren Energien. Nun solle nach dem Willen des Wirtschaftszerstörungsministers Habeck das Märchen vom Wasserstoff die gescheiterte Energiewende ersetzen. Ein Weg, den kein anderes Land mitgehe, so hilse. Und in dieser Situation stelle ThyssenKrupp das ganze Geschäftsmodell in Frage. Ja Leute, so sieht die Realität aus. Das ist die Partei, die die Situation hier klipp und klar benennt und anspricht. Und eben auch Lösungsvorschläge macht und sagt, so kann es nicht weitergehen. Der Standort darf nicht abgewrackt werden. Wir sehen es hier zum Beispiel bei der AfD-Fraktion Ruhr. Das haben sie mit abgewrackten Stahlstandorten vor. Politik greift nach erledigten Stahlstandorten für Siedlungsentwicklung zum Beispiel. So möchte man die Bereiche dann jetzt offensichtlich nochmal ein bisschen weiter nutzen. Es ist wirklich schon ganz interessant, was hier passiert. Aber abschließend noch, ThyssenKrupp hält am grünen Stahl fest, hieß es am 19.11., also gerade mal vor wenigen Tagen, mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Euro, fällt die Jahresbilanz von ThyssenKrupp nicht gerade rosig aus, aber etwas besser als zuvor. Trotzdem gibt es eine Dividende von 15 Cent für die Aktionäre. Dementsprechend schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und würdet ihr wegen 15 Cent jetzt für die Dividende reingehen in die Aktie? Wie gesagt, keine Anlageberatung. Ich persönlich würde es nicht machen, bin da sehr, sehr vorsichtig. Da bin ich ein konservativer Anleger und kein risikobehafteter Anleger, um so etwas nicht zu tun. Dementsprechend Link zu Freedom24 findet ihr unterhalb des Videos. Danke fürs Zuschauen, schreibt eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.